Na Epimas, darf ich mal ein bisschen wieder deine Federn gucken? Und so eine Langung sind da schon dabei. Da wird wohl nicht mehr was kommen, muss aber auch nicht. Ein Ellbogen darf auch nackig bleiben. Prima, siehst du aus? Sieht ja schon fast ein Röckchen an, mein Schatz. Toll, lang aus. So, oberkohl wäre, wenn du dich jetzt einmal langsam im Kreis drehst. Wovon träumst du nachts, du komische Frau? Okay, dann gucke ich nochmal irgendwann in Ruhe, wenn du andersrum stehst, ne? Mal hier nochmal ein bisschen spicken. Du süß Schatz. Ganz toll machst du das, jawohl. Gut. Schön weiter Federchen wachsen lassen, bitte. Danke. 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 Danke.